Der skeptische Podcast aus Hamburg. Hallo und herzlich willkommen zum 286. Mal bei Hoaxzilla, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Wie immer bei mir die wunderbare Hoaxmistress Alexa. Hey ho ihr da draußen und moin. Und bei mir ist natürlich wie immer zum Glück der wunderbare Alexander Hoaxmaster. Und irgendwie haben wir es nicht geschafft eine Halloween-Folge zu machen. Ich habe aber eine Halloween-Story. Eine Halloween-Story, immerhin am 31.10. Das Thema ist aber irgendwie, so richtig gruselig ist es auch nicht. Ich rede mich schon wieder um Kopf und Kragen. Ich glaube wir sollten einfach weitermachen. Also ich muss mich ja outen und sagen, dass ich die Halloween-Filme rund um Michael Myers bisher noch nicht gesehen habe. Und damit habe ich wahrscheinlich einen entscheidenden Teil der Pop-Culture verpasst. Vielleicht hole ich es irgendwann nochmal nach. Auf jeden Fall dreht sich die heutige Story genau um dieses Thema. Und die Frage, ob tatsächlich ein texanischer Anwalt sich gedacht hat, so es geht auf Halloween zu. Da verkleide ich mich einfach mal als Michael Myers und wandere am Strand auf und ab, auch noch sozusagen im Vorfeld eines sich ankündigenden Sturms. Und die weitere Frage ist, ob dieser texanische Anwalt genau für diesen Prank, den er da gespielt hat, da einfach als Michael Myers am Strand entlang zu wandern, verhaftet worden ist. Weil Anwohner sich gedacht haben, Mensch da rennt jemand mit Maske und einem blutigen Messer durch die Gegend. Das können wir nicht durchgehen lassen. Und dann haben sie halt die Polizei gerufen, wenn die Story denn stimmt. An Halloween, das ist ungewöhnlich. Ja, so kurz vor Halloween. Wobei ich die Filme auch nicht gesehen habe, muss ich mal gestehen, weil wir eigentlich keine Fans von Horrorfilmen sind. Die Story habe ich nicht gespoilert, ich weiß es nicht. Mache ich mir immer Gedanken zu. Thema der Woche Ja, in der heutigen Episode arbeiten wir zum dritten Mal insgesamt mit Ralf Grabuschnik von Deja Vu Geschichte zusammen. Und Ralf ist Historiker und hatte ja dich angesprochen, Alexa, weil er gerne mal was zum Thema Lebensreform machen wollte. Und das passte einfach total super, weil bei uns beiden das Thema ziemlich weit oben auf der Liste stand. Aber wir uns da beide nicht so ganz alleine dran getraut haben und dann einfach die Möglichkeit, das zusammen zu bearbeiten, einfach zu toll war, um das nicht zu machen. Also das war schon eine schöne Gelegenheit und ich bin sehr froh, dass wir das Thema in der Form aufbereiten konnten mit einem richtigen Historiker. Aber das ist sicherlich nochmal ein ganz besonderes Asset. Genau und Ralf kennt ja unter anderem aus dem White Mike Special Nummer 24, warum gibt es immer noch Nazis und wer es nachhören möchte, weil wir darauf verweisen, aus der Folge 252 Populismus leicht gemacht und aus der Folge 242, wo wir über die flache Erde mit ihm sprechen. Und dann würde ich sagen, Alexa, hören wir doch mal rein ins Gespräch, oder? Ja, hallo Ralf, schön, dass wir miteinander reden über das Thema Lebensreform und ich sag mal, ich werde mich ein bisschen zurücklehnen heute in dieser Folge, weil das hast du eigentlich alles mit Alexa vorbesprochen. Da seid ihr die deutlich größeren Experten, aber mir sind natürlich auch beim Betrachten des Themas Lebensreform und Lebensreformbewegung ein paar Dinge aufgefallen aus psychologischer Sicht und dann hake ich da mal rein zwischendrin. Aber ich würde ansonsten euch das Feld heute mal überlassen, komplett. Oh, das ist aber schön. Schau mal, baue keinen Druck auf. Ja, aber um den Druck noch ein bisschen zu erhöhen, Alexa, ich hatte das Thema ja schon irgendwie auch länger so in meiner Liste, wollte darüber reden und habe da zuallererst auch an dich gedacht, weil ich mir dachte so, ja, die Alexa, die kann da was dazu erzählen. Aber hey, no pressure. Schauen wir mal. Vielleicht, um mal reinzukommen, warum reden wir denn eigentlich über Lebensreform oder was, gut, was das ist, werden wir, glaube ich, noch ein bisschen erörtern, aber ich glaube, ich weiß nicht, vielleicht unterstelle ich da was, aber allen wird das ja wahrscheinlich jetzt mal nichts sagen. Nimm uns mal mit, Alexa. Ja, das ist total abgefahren. Ich wage jetzt zu Anfang mal gleich die steile These, nämlich, dass man im Alltag, in unserem ganz normalen Alltag gar nicht vermeiden kann, mit der Lebensreform in Berührung zu kommen. Man muss nur aus der Wohnung heraus in die Stadt treten und, ja, Dinge tun, Freizeit gestalten und schon wird man mit verschiedenen Teilen der Lebensreformbewegung konfrontiert, obwohl man das gar nicht weiß, woher das alles kommt. Und das finde ich total spannend, diesen Gedanken, dass wir heute noch so viel Überbleibsel davon haben, ohne das zu wissen. Und auch so unterschiedliche Dinge, also das finde ich daran halt auch so spannend. Wir werden ja noch deutlich genug sehen, dass ja die Lebensreform einfach eine sehr breite Bewegung war, aber was, wenn man heute rumgeht, na gut, Reformhäuser kommen vielleicht noch den meisten in den Sinn, da ist es ja so irgendwie auch im Namen, aber ich meine nicht zuletzt halt auch die ganze FKK-Nudisten-Szene geht drauf zurück, Schrebergärten gehen drauf zurück und dann unsere allerlieblings Waldorfschulen und so einiges mehr. Ja, sogar Turnvereine, solche Sachen. Und Rohkost-Enero, das sind alle so Aspekte, das habe ich ja alles durch meine V gelernt. Schrotkuren, das Birchermüsli, Kneipen. Kneipen, ja ganz groß. Wobei der ein bisschen eher war. Ja, setzt noch ein bisschen eher an, aber spielt sicherlich da auch mit hinein, wird sozusagen mit übernommen und verhaftet in die Bewegung. Ja, und wer weiß, vielleicht würden wir sogar noch Korsetts tragen, wir Damen, also ich meine, manche Damen machen das natürlich heute noch und die sind auch besser als ihr Ruf, aber das wäre eventuell noch weiter verbreitet, als es jetzt ist. Ja, das ist gut möglich, also dementsprechend wichtig fand ich es eben, dass wir uns mal zusammensetzen und einfach uns mal anschauen, was das eigentlich alles ist, was das war, wo das herkam und dann nicht zuletzt auch noch über Alexas Uropa reden, der quasi im Alleingang das Hellfasten erfunden hat, aber das soll hier jetzt nur ein Teaser sein. Genau, genau, dazu kommen wir später. Ja, sollen wir vielleicht mal kurz erstmal so ein wenig beschreiben, wo die Lebensreform losgegangen ist, wir haben ja schon gesagt, was uns heute alles in der Zeit bewegt, genau, das wird doch mal ein guter Einstieg und wer könnte es besser erklären als ein Historiker, Ralf? Ja, das ist eine wunderbare Überleitung, ich wollte ja gerade schon so blindlings ansetzen und man könnte es sich ja gar nicht schöner wünschen. Ja, also wir haben jetzt ja immer noch nur an der Oberfläche gekratzt, aber da merkt man schon, allein von dem, was heute noch da ist, merkt man schon, was das für eine unfassbar breite Szene heute noch ist und ich würde jetzt mal behaupten, es war in seiner Entwicklung anfangs sogar noch deutlich breiter und wenn wir da das als Bewegung so aufgreifen wollen, also jetzt, ich ordne es gleich mal zeitlich ein, aber prinzipiell in diesem längeren Zeitraum, so 1850 bis Erster Weltkrieg rum, da gab es eine ganze Menge an Bewegungen, wo die Lebensreformbewegung nur eine davon war, die aber ganz stark ineinander gegriffen haben. Also wenn wir uns das jetzt anschauen, man kann da auch ein bisschen die Jugendbewegung mit reinnehmen, die hatte Überschneidungen, die Frauenrechtebewegung hatte Überschneidungen, also da gibt es ganz, ganz viele Dinge, das ist einfach nur ums, glaube ich, ist wichtig im Kopf zu haben, dass das schon einfach was ganz Breites war, was uns da über, ja, eigentlich nicht ganzen Jahrhundert, aber doch, ja, über 50 Jahre, 60 Jahre in Deutschland vor allem und in der Schweiz begleitet hat, in Österreich ein bisschen weniger, soweit ich weiß. Also wir schauen da im Prinzip zeitlich eben, wie gesagt, ins 19. Jahrhundert und da vor allem, ja, so zweite Hälfte, verstärkt würde ich sagen, das letzte Drittel und dann noch das 20. Jahrhundert bis zum Ersten Weltkrieg, das würde ich so als den, ja, den Kern sehen historisch, wo sich ganz viel dieser Ideen entwickelt haben, das franzt nach vorne und hinten aus, ne, wir haben jetzt Kneipen schon erwähnt, dass, ich glaube, der ist damit in den 1860er Jahren oder so vielleicht schon aufgekommen, weiß ich nicht auswendig, etwas früher. Wir haben aber auch in den 1920ern natürlich noch, ne, also das ist, ich glaube, das Hellfasten zum Beispiel, ne, das ist schon angesprochen, ne. Genau, genau. Ja, das ist, es ist auch insgesamt eine, eine wahnsinnig spannende Zeit, weil du eben auch gesellschaftliche Entwicklungen hast, die von einen, von den einen gefeiert werden und begrüßt werden und bei den anderen großes Elend auslösen. Also du kannst fast sagen, dass da schon so der Beginn einer Gesellschaftsspaltung stattfindet und Dinge auch, ja, gesellschaftliche Krisen sich andeuten, die dann hinterher natürlich auch solche Reformbewegungen mitbefeuern. Das ist eigentlich eine ganz, ja, interessante Zeit auch. Und ich habe mich in den letzten Monaten und Jahren irgendwie ein Stück weit auch erinnert, also ich habe mich ja eher grob eingelesen in das Thema, habe dann aber gedacht, wenn diese Lebensreformbewegung eine Bewegung ist, die im Grunde genommen gegen die beginnende Industrialisierung anarbeiten möchte, gegen die Verstädterung, die den Wunsch hatte im Großen, korrigiert mich, wenn ich es falsch sage, zurück zur Natur, mehr Natürlichkeit. Wenn ich dann gelesen habe, dass man weg wollte von industrialisierter Ernährung, man wollte keine Konservendosen haben, keinen industriell gefertigten Zucker, wenn man das so alles sieht, dann finde ich, sind wir heute immer wieder an Momenten in unserer Gesellschaft, wo das wieder hochkocht, wo man ja auch sagt, in Amerika ist Zucker plötzlich jetzt was ganz was Böses. Also alles muss sugar free sein, weil man diesen Industriezucker für gefährlich oder schädlich hält. Darüber kann man natürlich viel diskutieren, ab welcher Menge der auch wirklich mal irgendwann schädlich wird. Und Industrialisierung, Globalisierung, das sind ja gerade unsere großen Themen der Zeit. Und damals war es die Dampfmaschine, die das alles bewirkt hat, die man ganz schrecklich fand. Und heute sind wir auch wieder an dem Punkt, wo wir sagen, so kann es eigentlich nicht weitergehen mit der Industrialisierung. Und das Faszinierende dabei ist ja, dass dann aus diesem Gedanken sich ja eben diese Gruppe rausgelöst hat, die gesagt hat, wir wollen es besser machen. Und wenn ich mir heute so anschaue, wir haben Fridays for Future, also natürlich die junge Generation, aber natürlich auch Wissenschaftler und auch die älteren Generationen, aber geprägt ja von den jungen Menschen, die demonstrieren und sagen, wir wollen morgen auch noch eine Welt haben, die lebenswert ist, völlig zu Recht. Da habe ich so gedacht, irgendwie ist das auch fast wieder wie so eine Wellenbewegung, die hochkommt. Allerdings, und das ist für mich ein großer Unterschied, sind wir heute an der Situation angekommen, wo wir viele dieser Kritiken an unserer modernen Gesellschaft auf eine wissenschaftliche Basis stellen. Also Fridays for Future, sagt er, der Klimawandel ist menschgemacht und es gibt Ideen und Wege, wie man dem entgegenwirken könnte. Es würde halt nur Geld kosten. Und bei der Lebensreform, so wie du ihren Anfang beschrieben hast, Ralf, ist man dann doch eher so in so einen esoterischen Bereich plötzlich abgedriftet. Ja und nein, also nicht die ganze, also erstmal müssen wir uns glaube ich von dem Gedanken verabschieden, dass wir eine Lebensreform haben. Also das waren wahnsinnig unterschiedliche Teilbereiche, die teilweise auch so komplex waren in ihren Zusammenhängen und gar nicht mal unbedingt Überschneidungen hatten. Aber ist das, das ist eine Frage, die ich dem Historiker mal stellen will, Ralf. Wenn wir jetzt so viele Bewegungen, ja jetzt bist du dran, wenn du, wenn wir so viele, wenn wir, wenn wir so viele Bewegungen haben und hinterher wird dann so ein Label draufgeklebt. Ist das nicht auch ein Beispiel für Geschichtsschreibung, wo man irgendwann sagt, diese Zeit und diese vielen Veränderungen subsumieren wir mal unter einen Begriff? Darf man das so sagen oder rede ich jetzt Unsinn und tue deinem Berufsstand total unrecht? Ja und nein, also ich würde das schon auch so sehen, aber ich würde das als ganz normal jetzt ja auch betrachten. Also trifft dann auf alles zu. Das gleiche könnte man über den Begriff Industrialisierung sagen. Was war denn das? Das fängt an bei irgendwelchen händisch betriebenen Maschinen, die de facto die Wolle gesponnen haben und endet, oder nee, dann kommt mal die Dampfmaschine und das endet dann irgendwann in der Chemieindustrie. Das ist ja auch nicht eine Sache, sondern das sind halt Entwicklungen, die historisch in einem gewissen Zeitraum ablaufen, wo dann natürlich, das ist glaube ich meistens der Fall. Und soweit ich das jetzt sehen kann, ist es auch bei der Lebensbewegung der Fall, erst später so zusammengefasst wurden, wie wir sie heute vielleicht wahrnehmen. Das ist aber glaube ich dann auch im Kern, es ist natürlich immer eine Gefahr, dass da Dinge zusammengeworfen werden, die vielleicht nicht zusammen gehören oder wo die AkteurInnen der Zeit das anders gesehen hätten. Andererseits ist das aber auch genau die Aufgabe von Geschichte in unserer Gesellschaft, von Geschichtswissenschaft, um eben auch Vergangenes einzuordnen, weil ja, wir Menschen, wir können nicht endlose ungeordnete Datensammlungen verarbeiten. Wir brauchen eine Geschichte und dafür ist halt dann die Geschichtsschreibung auch da. Also ja, finde ich aber, also ich finde das einen wichtigen und spannenden Aspekt, weil man manchmal, also ich als völliger Laie und Alexa aus der Kulturwissenschaften ist da wahrscheinlich Firma drin, aber es ist halt überhaupt gar nicht mein Bereich, das lernen musste. Also man nimmt das ja so hin, also man hat so das Gefühl, ab einem bestimmten Datum hat sich einer hingestellt und hat gesagt, ich gehöre zur Lebensreformbewegung. Und die Menschen, die zum Beispiel sich jetzt der Rohkost zugewandt haben, haben unter Umständen diesen Begriff gar nicht benutzt, sondern den hat man ihnen erst hinterher übergestimmt. Was ja nicht schlimm ist, du hast es gerade genau erklärt, warum wir das machen müssen, aber das musste bei mir tatsächlich im Köpfchen erstmal verstanden werden, dass es so funktioniert. Ja, das ist ja auch irgendwie benachvollziehbar. Man geht ja erstmal davon aus oder man hinterfragt ja nicht, wo jetzt ein Begriff herkommt und man würde dann annehmen, dass die Leute damals das einfach so proklamiert hätten. Haben sie so einen Teil vielleicht auch, aber ja, es ist halt immer ein Zwischendrin. Also es gab diesen Begriff halt, aber es ist natürlich wirklich die Frage, ob sich da alle drunter gefasst haben. Also das wage ich eher zu bezweifeln. Da haben halt auch ganz viele Menschen einfach eine gewisse gesellschaftliche Strömung, ein neues Lebensgefühl, gesellschaftliche Veränderungen einfach mitgemacht, weil sie für sich das Gefühl hatten, dass das ihrem Wunsch, ja Alexander hat es gesagt, nach mehr Natürlichkeit, nach dem Naturzustand, wobei man den ja auch erstmal definieren müsste, entgegenkommt. Und das hat dann teilweise ziemlich interessante Sachen hervorgebracht und vielleicht auch Dinge, über die man heute noch zu Recht nachdenken könnte, aber auch eben wirklich so ganz kuriose Dinge, die ja erstens mal fürchterlich schief gegangen sind und zweitens auch eher so unter Stilblüten der Geschichte fallen. Also wir haben mal zum Beispiel, wir müssen glaube ich gleich nochmal auf die Ursprünge eingehen, genauer, aber vielleicht so ein kurzer Hinweis, wir haben mal eine Folge zur Galapagos-Affäre gemacht, wo so ein paar befreundete Ehepaare aufs Galapagos-Archipel ausgewandert sind und dann auf der Insel Floriana so eine Kommune gegründet haben. Und da waren glaube ich, ich glaube es war ein Zahnarzt-Ehepaar sogar und die haben sich dann, weil sie ja aus der Zivilisation aussteigen wollten, vorher alle Zähne ziehen lassen und sind dann da hingezogen und wollten auch nicht mehr schwarz tragen, sich nur noch von ganz bestimmten Dingen ernähren und ganz natürlich leben. Und das Ganze ist so aus dem Ruder gelaufen, die haben da gehungert, es hat Verbrechen gegeben und Streit zwischen verschiedenen Siedlern. Das Ganze endete in einer totalen Räuberpistole, einfach die mit dem Wunsch begann aus der Zivilisation auszusteigen. Also es ist schon völlig verrückt, was da teilweise abgelaufen ist. Ja, ich meine, was Alexander meinte, da ist halt echt was dran. Ich sehe da ja schon auch so eine Wellenbewegung. Natürlich immer mit anderen Vorzeichen auch und immer leicht unterschiedlich. Wir sehen das heute, klar, wir haben das jetzt, was heute unser Thema ist, bei der Lebensreform vor 120 Jahren oder so um den Dreh. Wir hatten das dazwischen ja auch, 60er Jahre Hippie-Bewegung oder gerade in Deutschland, wenn wir uns die 70er, späten 70er, frühen 80er, diese Ökologie-Bewegung, die ja dann so in der Gründung der Grünen dann auch quasi aufgegangen ist. Das gibt es immer wieder und vieles bleibt auch recht ähnlich. Das sehe ich ja auch so. Andere Dinge ändern sich, aber vielleicht ist es ja auch eine angemessene Kritik, dass eben gerade die Industrialisierung ja nicht unbedingt in eine verträglichere Richtung gegangen ist mit der Zeit und wir halt immer noch vor den gleichen Problemen stehen. Ja, das ist ein bisschen ernüchternd, wenn man sich das so vor Augen führt. Auch das ist irgendwie das Traurige, wenn man sich mit Geschichte beschäftigt. Es ist oft ernüchternd. Ja, da hast du so recht. Ja, sehr wichtig. Ja, aber was wir zu Beginn der Lebensreform vorfinden, ist eine Situation, in der, so wie es die Lebensreformer wie zum Beispiel Diefenbach oder Friedrich Eduard Bilz auffassen, eigentlich so eine Dystopie. Du hast Menschen, die in die Städte gegangen sind, um da ihr Glück zu finden und dort großes Elend vorfinden, Räumlichkeiten, in denen Licht fehlt, in denen Luft fehlt, in denen man völlig beengt ist, in denen man sich schlecht ernähren kann, weil man eben auch zu arm ist, um eine vernünftige Ernährung überhaupt zu erhalten. Alkohol, Tabak, all das sind Dinge, die die Zivilisation hervorgebracht hat, aber die den Menschen schaden. Dazu hat man eben in der wilhelminischen Zeit große Prüderie und eine Verherrlichung des Militärs, also eine Gesellschaft, die sehr rigide ist, sehr auf Standesdünkel fußt und in der die Menschen eben, also so wird es dargestellt, nicht frei leben können und vor allen Dingen nicht in ihrem Naturzustand leben können. Und der Gipfel sozusagen, der auch vieles angestoßen hat, war dann ein Gesetzentwurf, der unter Umständen dafür gesorgt hätte, dass man zum Beispiel antike Statuen nicht mehr hätte ausstellen können. Die Rede ist da von der Lex Heinze, benannt nach einem Zuhälter, das war um 1900 und dieses Gesetz hätte verboten, die öffentliche Darstellung unsittlicher Handlungen und es wäre noch der Straftatbestand der Zuhälterei drin gewesen, na gut, darüber kann man reden, aber jegliche unsittliche Handlung, also auch zum Beispiel nackte Menschen, wären da nicht mehr möglich gewesen in der Darstellung. Und es gab da den sogenannten Theaterparagrafen in diesem Gesetzesentwurf, der eben auch Theaterstücke, wo sowas vorkommt, verboten hätte und gerade gegen diesen Theater- und Kunstparagrafen haben sich viele Menschen empört und gewehrt, weil sie sagten, also wir können jetzt nicht die Kunst vollkommen beschneiden und dann ist das nochmal reformiert worden und letzten Endes als Kompromiss dann durchgewunken worden. Aber das zeigt natürlich wirklich die Prüderie dieser Zeit und vieles von dem, gegen das sich dann eben die Lebensreformer auch gewandt haben. Wobei man hier ganz gut nochmal sieht, so wie du es gerade beschreibst, dass ja die Schicht, aus der diese ganze Bewegung vor allem getragen wurde, sage ich mal, nicht unbedingt jetzt die Leute waren, die hier so gezeichnet werden, also das kam zum aller, in den allerseltensten Fällen waren Lebensreformer aus der Arbeiterschicht. Das waren eigentlich fast durch die Bank eben Bürger, Bürgerinnen auch verstärkt zu der Zeit schon, also das war tatsächlich sowohl männlich wie weiblich getragen, aber vor allem aus der Bürgerschicht. Und das waren genau die Leute, die sich über Einschränkungen im Theater beschweren, also das passt da schon auch irgendwo rein, das passt da irgendwie ins Bild. Und vor allem sind es aber auch die Leute, die ja eigentlich, also das trifft sicher nicht auf jeden und jeder Einzelne zu, aber die ja eigentlich von der Industrialisierung, der Urbanisierung und der Modernisierung der Zeit tendenziell profitiert haben müssten und wahrscheinlich auch das getan haben, zumindest ihre Familien. Und genau die sind es aber, die sich da jetzt dagegen stellen. Und auch das ist, glaube ich, ich kann es nicht erklären, woran das liegt, ganz ehrlich, aber das sehe ich irgendwie auch so eine gewisse Kontinuität, weil das auch heute noch werden zum Beispiel ja, wenn wir jetzt die Grünen als Beispiel nehmen, die werden auch irgendwie als eine Elitenpartei gesehen, ob jetzt nun zu Recht oder nicht. Und auch da haben wir dann wieder das, dass diese ökologische Speerspitze vielleicht, ja, da hat sich vielleicht gar nicht so viel geändert im Vergleich zu damals. Ja, aber auf jeden Fall fand ich das spannend und es ist dann viel, viel weniger eigentlich diese erklärte, diese Arbeiterschaft, die da so leiden musste in den nicht belichteten Räumen und mit der schlechten Luft. Das gab es zwar alles, aber die Leute, die es betrieben haben, waren andere. Die haben auch andere Probleme selbst gehabt, muss man auch sagen. Da gab es damals diese Pseudokrankheit, Pseudokrankheit, so kann man es, glaube ich, sagen, der Neurasthenie, die wird heute, soweit ich weiß, Alexander, du weißt das vielleicht zufällig, nicht mehr wirklich diagnostiziert, weil sie abgelöst wurde von anderen besser beschriebenen oder besser definierten psychischen Erkrankungen. Das wurde damals ja de facto für alles und jedes in den Raum geworfen, so, ja, der hat Neurasthenie. Das ist eine Nervenkrankheit, die liegt an der Industrialisierung und an der Urbanisierung und an dem unnatürlichen Leben. Und das hat, glaube ich, ganz, ganz viele Leute auch persönlich getroffen und da eben auch mehr in der Bürgerschaft. Und ich glaube, das hat auch nochmal neben allen anderen Gründen, neben den schon legitimen Einwänden jetzt auch für die Arbeiterschaft und neben diesen kulturellen Themen, wie diesen Gesetzen und so weiter, auch dazu beigetragen, dass da viele Leute was ändern wollten. Ja. Ja, also ganz kurz zur Einordnung, die Neurasthenie, die Nervenschwäche im Grunde genommen gibt es im ICD-10 noch, das ist die International Classification of Diseases, die wird aber genau wie du es gesagt hast, so gut wie gar nicht mehr diagnostiziert, sondern im Grunde genommen geht es dann eher so um Depressionen und Burnout-Erscheinungen eher, wobei Burnout auch so keine ganz saubere Erkrankung ist. Das glauben ja auch viele Leute, dass man ein Burnout-Syndrom tatsächlich diagnostizieren kann. Das ist in den seltensten Fällen so, sondern es sind meist irgendwelche Depressionen oder Substanzabhängigkeiten. Und im Grunde genommen, was man da heute zu sagen würde, wäre sowas wie die reizbare Schwäche. Und das ist natürlich so eine Sammeldiagnose, die auf ganz viele Dinge passt. Und wenn etwas auf ganz viele Dinge oder ganz viele Symptome passt, dann ist es halt nicht sauber. Sondern du möchtest ja eigentlich eine Diagnose haben, die genau auf einen bestimmten Kanon von Symptomen sich konzentriert und nicht so eine allgemeine Geschichte. Und damals war es natürlich super, weil zu der Zeit man sowieso im Rahmen der Psychodiagnostik noch nicht so weit war. Und wenn dann jemand im Grunde genommen gestresst war oder sich damals schon von der Zeit überrannt gefühlt hat, dann war das eine Diagnose, die man akzeptiert hat. Und für die es dann ja den ganzen Blumenstrauß an Ideen, die er hier schon mehrfach angerissen hat, gegeben hat, um denen zu begegnen. Und wie es dann bei einer unklaren Diagnose ist, kann es dann besser werden. Man weiß aber gar nicht genau, warum. Und weil es ja verschiedene Aspekte waren, die man dann in der Regel in seinem Leben geändert hat, war es wenig hilfreich, aber wird sicherlich die ein oder andere Erfolgsgeschichte gegeben hat, wo dann Elemente der Lebensreform jemandem bei seiner Neurasthenie, bei seiner Nervenschwäche geholfen haben. So ein bisschen tückisch, aber das wäre so die ganz ausführliche, oder was heißt ganz ausführliche, aber eine etwas ausführlichere Darstellung, warum das beliebt war und warum da auch die Lebensreform was helfen konnte. Wollen wir uns mal näher anschauen, was denn jetzt die potenziellen Lösungsansätze damals so waren oder die Auswege aus der ewigen Modernisierung. Wo steigen wir denn ein, Alexa? Die Auswahl ist so groß. Ja, die Auswahl ist so groß. Vielleicht mit der Frage, die ja im Prinzip alle diese Strömungen irgendwie berührt. Was ist der Naturzustand des Menschen? Also wie muss ein Mensch leben, damit er eben nicht mehr durch die Zivilisation krank gemacht wird, sondern wieder im Einklang mit seiner Natur und mit der Natur an sich lebt? Und da haben die verschiedenen Strömungen auch unterschiedliche Antworten drauf gefunden. Also was da zum Beispiel eine Antwort ist, ist der Vegetarismus. Wir hören einfach auf, Tiere zu essen. Das hat für uns gesundheitliche Vorteile und das ist eben auch eher der Naturzustand. Da wird dann sowas propagiert wie, wir nehmen nur noch rohe, ungekochte Nahrung zu uns oder wir ernähren uns von Beeren und all solchen Dingen. Man hat dann auch unterschiedliche Ausprägungen und versucht sich dann auch zu organisieren. Also es gibt so Vegetarismusvereine, die auch schon Zulauf finden. Also das ist eine Bewegung, die durchaus Verbreitung findet. Allerdings nicht so starke Verbreitung, wie man meinen sollte und wie zum Beispiel solche Strömungen wie die Naturheilkunde finden, weil die wahrscheinlich auch mehr Menschen berührt und für mehr Menschen greifbar ist. Vielleicht war es damals schon so, das wäre jetzt so eine gewagte These, dass eben nur ein Teil der Gesellschaft gewillt ist, auf Fleisch zu verzichten und eben so zu leben. Und dass da doch durchaus Dinge sind, die dann eben gesellschaftlich populärer werden konnten, weil sie für die Menschen einfach so ein bisschen besser zu verpacken waren. Ja, ich glaube, was diesen Komplex Ernährung angeht, ich schätze, das war damals wahrscheinlich sogar noch stärker ausgeprägt als heute, dass viele Menschen nicht bereit waren, weniger Fleisch zu essen. Wobei, das habe ich jetzt natürlich nicht recherchiert, aber ich würde jetzt auch behaupten, dass man grundsätzlich in der damaligen Zeit etwas weniger Fleisch konsumiert hat, als wir das jetzt dann insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg dann in Deutschland insbesondere getan haben. Sodass man ja auch sagen kann, naja, ich lasse mir doch nicht meinen Sonntagsbraten wegnehmen, auf den man die ganze Woche hingearbeitet hat. Ich glaube, das ist noch ein anderes Gefühl als heute, wo wir einfach unfassbar viel Fleisch einfach konsumieren. Das war, glaube ich, zur damaligen Zeit noch nicht ganz so ausgegangen. Das hängt ein bisschen von der Schicht ab, aber ja, natürlich. Genau, aber ich wollte gerade sagen, also die einfachen Leute, ich sage jetzt mal so, das Gesinde in einem Herrenhaus oder auf einem Hof oder so, das hat wahrscheinlich wesentlich seltener Fleisch bekommen als die Herrschaft. Da war das schon eher gang und gäbe, aber es hatte sicherlich nicht den Stellenwert, den es heute hat. Also, dass wir unbedingt jetzt das künstliche Hackfleisch kaufen wollen jeden Tag oder ständig grillen oder sonst irgendwas in der Richtung. Aber dann ist es ja umso bemerkenswerter, wenn wir dann sagen, der höhere Bürgerstand hatte sehr wohl da Zugriff drauf. Und wenn sich dann welche abgewandt haben, dann ist es ja noch ungewöhnlicher. Da waren es ja Freaks. Das waren definitiv Freaks, weil da ja auch einiges mit dran hängt. Ja, genau. Die Lebensreformer waren Freaks. Ich glaube, das ist eine sehr schöne Umschreibung. Ist folgenden Titel auf jeden Fall, ja. Genau. Also, man hat auf jeden Fall seinen Heil dadurch gesucht, dass man eben Abstand nehmen wollte von diesen ganzen, eigentlich ja für manche Leute Errungenschaften der Zivilisation. Also, wenn du auf Alkohol verzichten willst oder eben auf Tabak oder auf Fleisch oder solche Dinge, dann ist das sicherlich auch ein gesellschaftliches Statement, weil du dich ja auch, was so gesellschaftliche Abläufe angeht, ein Stück weit verabschiedest. Also, das war ja alles sehr, sehr standardisiert und nach Protokoll und so weiter. Und gesellschaftliche Normen spielten da natürlich auch eine Rolle. Und wenn du dann gesagt hast, ich mache das nicht mehr mit, ich lebe jetzt ganz anders, dann hast du vielleicht Zulauf von einer bestimmten Bevölkerungsschicht oder Gruppen bekommen, die das toll fanden, musstest aber auch viel Spott ertragen. Also, wenn man jetzt zum Beispiel guckt, der Herr Diefenbach, der ja ein ganz wichtiger Vertreter der Lebensreform ist, der von 1851 bis 1913 gelebt hat, der hatte eben auch ja wirklich so eine Art Erweckungserlebnis. Der hat einmal eine Typhuserkrankung überstanden, er sagt selber durch Naturheilmethoden. Und dann wird wirklich beschrieben, dass er am 28.01.1882 den Sonnenaufgang der Seele oder seiner Seele erlebt hätte und dann eben so ein Reformator geworden ist. Das war einerseits sicherlich für viele Leute spannend, die ihm dann nachgefolgt sind. Auf der anderen Seite musste er sich dann eben als Kohlrabi-Apostel verspotten lassen. Also, das sind halt auch so, das zeigt, wie unterschiedlich die Gesellschaft eben auch mit diesen neuen Strömungen umgegangen ist. Das finde ich ganz spannend. Jetzt hast du vorher schon den Begriff Naturheilkunde auch fallen lassen. Und ich glaube, da muss man schon auch nochmal ein bisschen stärker drauf eingehen, weil das geht ja weit über nur so Ernährungsthemen hinaus. Und das ist auch etwas, was wir heute ja noch ganz stark sehen. Da kommt im Prinzip, gut, wenn wir es weit sehen, das Kneipen ins Spiel. Aber da gab es ja nicht nur Ernährungskuren und Hungerkuren und was auch immer, Heilfasten, sondern es gab ja auch Wasserkuren, es gab Luftkuren. Die Homöopathie ist plötzlich wieder aus dem Loch gekrochen. Da ist ja einiges in Bewegung geraten, das uns bis heute, anders kann man es zumindest bei der Homöopathie ja nicht sagen, verfolgt. Und ich glaube, dass da damals auch schon die, klar, also die Zielgruppe waren immer noch gehobenes Bürgertum, aber das waren wahrscheinlich schon deutlich mehr Leute, als man jetzt mit Vegetarianismus erreichen konnte. Das war eine richtige Industrie auch. Also da war Geld zu machen. Erstens mal das. Allein das ist ein Faktor, der das Ganze sehr stark antreibt. Und ich würde behaupten, auch heute noch tut. Und gleichzeitig hat es entsprechend halt auch eine breite Masse gefunden, die dann Luftkuren gemacht hat, die in irgendwelche solche Kurorte, Institutionen gefahren ist. Und ja, dann hat man da halt alle möglichen Experimentellen, ob es jetzt Ernährungskonzepte waren oder Kräuterkuren oder was es halt immer war. Wo wir jetzt schon ein bisschen natürlich in die Esoterik auch reinkommen, um im Kern diese körpereigenen Heilungskräfte halt so zu fördern. Was ja da das Thema war. Und das war sicher ein ganz breites Element auch. Und da kommen wir ja auch in so eine etwas unschöne Schiene dann hinein, weil sich daraus ja auch im Grunde genommen dann später natürlich, aber dann so Richtung Zweiter Weltkrieg oder erst mal im Nationalsozialismus ja die Idee der germanischen Medizin dann auch irgendwann entwickelt hat. Und da wird es dann ja schon auch ein bisschen unappetitlich, denn im Grunde genommen aus dieser Idee der Naturheilkunde, der natürlichen Medizin dann ja auch im Grunde genommen der Gedanke war, des abgehärteten Körpers, des im Einklang mit der Natur sich befindlichen Körpers, der gegen Krankheiten geschützt ist. Und das wurde dann ja, also das wollen wir jetzt nicht der Lebensreform direkt zu schreiben, aber wurde dann ja benutzt im Grunde genommen, um dann im nationalistischen Sinne sich abzugrenzen als Idee von der jüdischen Medizin, also von Ideen wie Impfungen, weil ein gesunder, starker Körper muss ja nicht geimpft werden. Das haben wir ja auch wieder jetzt im Rahmen der Corona-Pandemie von einigen vernommen. Ich bin gesund, da muss ich mich nicht impfen. Ich habe ein gesundes Immunsystem. Und das ist natürlich dann eine ungute Entwicklung, die uns da begleitet hat. Ja, das ist sicherlich so. Also die Nationalsozialisten haben einiges aus der Naturheilkunde übernommen und dann eben als Bausteine benutzt, um das eben in ihre eigene Ideologie einzubauen. Wenn wir jetzt nochmal an den Anfang des Ganzen zurückkehren, dann müssen wir kurz die Namen Priesnitz und Schrot erwähnen, die lebensreformerische Naturheilkunde im Prinzip aus der Volksheilkunde entwickelt haben. Also wir befinden uns in einer Zeit, wo Ärzten kaum Möglichkeiten bleiben, wirklich medikamentös in Krankheitsverläufe einzugreifen. Also wir haben natürlich kein Penicillin und solche Dinge. Die meisten Krankheiten sind nicht wirklich gut zu behandeln. Also wir haben halt noch diese ganz althergebrachten Verfahren, wie das Schröpfen, den Aderlass und diese ganzen Dinge. Aber es ist eine Zeit, in der der Arzt manchmal kaum anderes tun kann, als abzuwarten. Und eigentlich ist es auch ganz gut, wenn er abwartet und sagt, entweder in drei Tagen ist der Mensch wieder genesen oder es geht halt leider schief. Denn viele von diesen Verfahren, also gerade der Aderlass, ist halt auch einfach sehr invasiv und tut auch manchmal mehr Schaden als Nutzen. Und da ist es natürlich dann gar nicht so schlecht, wenn dann Menschen ankommen, also wie Priesnitz und Schrot, die sagen, wir wollen das jetzt mal ein bisschen anders aufziehen und wollen erstmal diese ganzen alten, das Kräuterheilwissen aus dem Volk wieder aufgreifen oder eben mit diesen Wasser- und Lichtkuren arbeiten und solchen Dingen, weil das einfach noch in manchen Situationen weniger Schaden anrichtet, als diese anderen Verfahren. Also das ist sicherlich eine Entstehungszeit, in der auch selbst die Homöopathie noch einen gewissen Nutzen hat, weil sie eben auch weniger invasiv ist. Insofern hat die Homöopathie da einen völlig anderen Stellenwert in dieser Zeit noch, als sie sie heute hat. Und wir müssen einfach der Tatsache ins Auge sehen, dass das vielleicht alles mal irgendwann irgendwie noch seine Berechtigung gehabt hat. Aber heute halt mit sehr viel esoterischem Gedankengut behaftet ist und vielleicht jetzt wirklich mal obsolet ist langsam und etwas, von dem wir uns verabschieden müssen. Also die Anfänge sind sicherlich relativ positiv zu sehen, wobei du schon, wie Alexander angesprochen hast, auch so ein gewisses Menschenbild da schon hast. Also wenn wir dann eben schauen, dass da Teile dieser Gruppe, dieser lebensreformerischen Gruppe, wirklich sozial-darwinistisches Gedankengut auch vertreten haben. Also da wird es dann natürlich schon schwierig. Ich glaube, da ist es ein Thema, da müssen wir, glaube ich, ohnehin darüber reden. Also ich weiß nicht, wie es sitzt. Gut, du, Alexa, hast da einfach vielleicht am meisten Grundahnung auch von uns. Aber vielleicht ist es dir zum Beispiel ähnlicher gegangen, Alexander. Als ich mich jetzt damit auseinandergesetzt habe, war meine Vormeinung, die ich irgendwann mal gebildet hatte dazu, dass das Ganze schon so ein proto-narzisstischer Haufen war. Und dass das halt einfach so ein, ja, mehr oder weniger so eine direkte Linie, so, ja, Lebensreform, die sind dann alle später so, ja, halt wie auf Linie gebracht in die Nazizeit übergegangen. So einfach kann man es ja nicht sagen, wie ich jetzt herausgefunden habe. Aber man muss natürlich schon sagen, dass da diese weltanschauliche Frage ein interessanter ist bei den Leuten damals, weil wir da ja, es ist ja was dran, wir haben diese völkischen Gedanken gesehen, wir haben aber gleichzeitig auch durchaus linke Ansätze gesehen, da gab es Bodenreform war ja etwas, was ein Thema war in dieser Bewegung, Kommunenbildung am Land ist ja schon auch irgendwo was links angehaucht, das würde ich mal sagen. Wie können wir denn das versuchen zu fassen? Also mir fällt es da tatsächlich schwer zu sagen, das ist das eine oder das andere. Es ist auch einfach wahnsinnig komplex. Also meiner Einschätzung nach war bei den wenigsten Einzelpersonen, die eben diesen Ausbruch aus der Zivilisation wagen wollten, das Gedankengut wirklich dahingehend ausgeprägt, dass sie gesagt haben, wir wollen jetzt ein neues Volk schaffen oder ähnliches. Es schwang sicherlich so ein Utopie-Gedanke mit. Wir haben ja auch eben diese Nacktkultur, diese Verehrung des Physischen und auch der physischen Schönheit, die da immer mitschwingt. Also so dieses Bild von Lebensreformerinnen, die nackt im Licht tanzen und wunderschön aussehen, so ein bisschen elfenhaft mitten in der Natur, an einem See vielleicht. Und Kommunen, die sich da auf irgendwelchen Bergen bilden und dann dort ihr alternatives Leben vorleben, vielleicht auch wirklich der Gesellschaft vorleben, wie es eigentlich gehen könnte. Das hat Licht und Schatten im wahrsten Sinne des Wortes. Also du hast natürlich auf der einen Seite Gedanken, die eher fast noch in Richtung Kommunismus gehen, wobei dieses Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit auch immer ein zentrales Motiv ist. Das heißt also, es ist auch nicht wirklicher Kommunismus, der da stattfindet. Auf der anderen Seite hast du eben schon so einen gewissen Anspruch an den Menschen, an das Menschenbild. Also er muss eben physisch stark sein, schön sein, reinen Geistes sein. Also es geht nicht nur um die physische Schönheit, sondern auch um die geistige Schönheit und dann eben so ein, ja der Gesellschaft ein bestimmtes Leben vorleben. Und das sind einfach, ob es nun gewollt ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Das sind einfach Anknüpfungspunkte, an denen eben der Nationalsozialismus und seine Ideologie andocken konnten. Und wenn wir zum Beispiel auch, ich muss es noch erwähnen, die Wandervogelbewegung uns anschauen, also die Jugendbewegung, die Fahrten von Jugendlichen in die Natur und eben dieses Naturerleben als Gruppe und auch im Einklang miteinander und als Team, dann sind das ganz klar Sachen, die Hitler später für die Hitlerjugend mit aufgreifen konnte, weil man eben festgestellt hat, wenn man die Jugend beeinflusst und gleich sich casht, dann kann man eben einiges bewegen. Ja und ich meine, da gibt es ja ein Zwischending der bündischen Jugend, die ja da auch ganz deutlich dann in den 20er Jahren in die Richtung schon sich entwickelt hat. Naja, da gibt es Zusammenhänge. Ja. Für mich ist überhaupt die ganze FKK-Kultur sowieso auch das, wo ich die größte Dichotomie erfahren habe, so meiner Vorbereitung, die nicht so intensiv gewesen ist wie eure Vorbereitung. Aber wenn man schaut, dass also da der Grundgedanke so in den 1850ern schon war, naja, die Auseinandersetzung des nackten Körpers mit der Sonne hat eine heilende Wirkung, also die sogenannte Lichtbäder. Es gab Sonnendoktoren. Nicht, also da beginnt das irgendwie und dann gibt es tatsächlich, ich habe hier Wikipedia gerade parallel so ein bisschen offen, 1906 105 sogenannte Luftbäder in Deutschland und da ging es nicht darum, dass das für die Atemwege ist, sondern dass man sich im Grunde genommen nackig macht und sich unter die Sonne bewegt und dann hat das einen Vorteil. Also das ist ja eher, da sind wir wieder bei den Freaks und Hippies im Grunde genommen. Interessant finde ich dann aber, wie sich das dann so um 1910 weiterentwickelt und verändert. Da gibt es dann nämlich einen Richard Ungewitter. Ich finde den Namen auch relativ interessant. Aber der sagt dann irgendwann, da kommt dann so plötzlich so eine Art Rassenlehre mit rein und hier wird so ein Zitat genannt, was ich mal vorlesen will. Würde jedes deutsche Weib öfter einen nackten germanischen Mann sehen, so würden sie nicht so vielen fremden exotischen Rassen nachlaufen. Aus Gründen der gesunden Zuchtwahl fordere ich deshalb die Nacktkultur, damit starke und gesunde sich paaren, Schwächlinge aber nicht zur Vermehrung kommen. Das ist zitiert, bitte. Also auch den Begriff Rasse, den ich hier jetzt gerade vorgelesen habe, das ist natürlich Unsinn. Aber hier ist es ein Zitat. Da sind wir 1910, da sind wir auch noch weit weg von den Nazis und das hatte ich ja beim Hinterkopf, weil du mich vorhin auch angesprochen hast, Ralf. Ja, ich habe das auch gedacht. Aber dass das so früh schon beginnt, ist ja eher ein Beleg dafür, auf welchem Nährboden auch die nationalsozialistische Bewegung in einigen Punkten dann aufsetzen konnte. Und das ist ja auch wieder nicht alle, die FKK gemacht haben, haben das getragen. Das ist natürlich auch völlig klar. Aber es gab so diese Richtung, die sagte, naja, das hat weder was mit Pornografie und Sexualität zu tun, sondern in diesen Gedankengängen, also dieser Zuchtgedanke, aber das nächste war dann noch der Punkt zu sagen, naja, wenn man ständig nackte Körper sieht, dann ist man auch nicht so wollüstig, weil man es halt ständig vor der Nase hat und das führt eher dazu, dass diese unterdrückten Triebe weg sind. Das war dann wieder eine andere Idee und das zeigt ja, dass die in sich diese Bewegung auch nicht ganz einig war, aber eben es genau diese sehr unappetitlichen Strömungen bereits schon gab. Naja, aber die gab es ja ohnehin. Also wenn man sich jetzt mal anschaut, wann das mit der Rassentheorie wirklich auflebte, dann musst du halt in die Mitte des 19. Jahrhunderts gucken, denn spätestens da hast du das unter Gobineau, wieder das, die Ungleichheit der Menschenrassen thematisiert wird und das, womit ich immer so ein bisschen hadere, ist, dass mein eigenes Studienfach, die Europäische Ethnologie beziehungsweise Volkskunde, da eben auch sich in der Zeit herausbildet und auch ihr Übriges dazu beiträgt, eben dieses Thema hochzuhalten und da wirklich auch vorbelastet ist und es findet bis heute, und das ist auch gut so, eine Aufarbeitung statt dieses Themas, also der Zusammenhang zwischen Volkskunde und eben Rassentheorie und dann auch natürlich Nationalsozialismus und das ist auch gut so, dass das aufgearbeitet wird, denn da hat es auch viel Schreckliches gegeben. Ich meine, das trifft natürlich auch viele Wissenschaften zu. Also vielleicht ist es in der ehemaligen Volkskunde-Ethnologie offensichtlicher oder in der Anthropologie, aber ich meine, auch die moderne Geschichtswissenschaft geht ja aufs frühe 19. Jahrhundert zurück und da ist das alles ganz eng verboben auch. Also das ist umso wichtiger, klar, dass man da eben das sich anschaut und ich glaube, das ist auch so ein großer Punkt hier, dass man natürlich nicht sagen kann, die Nationalsozialisten haben aufgebaut auf X und deswegen kam das, sondern dass es natürlich da ganz unterschiedliche Szenen auch gab und Unterstützer in den Gruppen auch gab, die eben da eine gewisse Vorarbeit geleistet haben und das waren eben unter anderem auch Teile dieser Lebensreformbewegung. Das waren genauso natürlich in einem weiteres größeren Ausmaß, würde ich mal unterstellen, Teile des preußisch dominierten Militärs und man kann diese Sachen ja sehr lange erweitern. Also ich meine, das steht außer Frage. Aber ja, also ich sehe das schon auch so und dass es halt einfach in Teilen dieser Bewegung dann eine ziemlich einfache Anschlussfähigkeit gab an die Nazi-Ideen und die neue deutsche Heilkunst oder ich glaube, damals ist sie noch so oder und dann irgendwann germanisch, wie auch immer, ist da ein gutes Beispiel dafür, wo das halt einfach geklappt hat. Parallel dazu gab es halt auch die zahllosen Teils und individuell gesehen vielleicht auch recht harmlosen, esoterischen Elemente, aber auch die, die verfolgen uns ja auch bis heute und das sehen wir gerade diese Vermischung zwischen dem, damals hat man völkisch gesagt, heute, keine Ahnung, rechts, Außendenken und der Esoterik hat uns ja auch nicht mehr verlassen seit damals. Also was unter Menschen wie Richard Ungewitter ein Thema war, ist heute in der Querdenker-Szene ja genauso lebendig. Oder man könnte ja noch weitergehen, ja auch die Reichsbürgerszene ist jetzt da nicht großartig anders. Also ja, und dass da natürlich am Rand das sich abgespielt hat, es war der rechte Rand der esoterischen Szene war das damals. Genauso war es der rechte Rand der FKK-Szene, die dann später da anschlussfähig waren. Aber ja, das ändert halt an der Grundtendenz leider nichts. Genau, und auch wenn wir, das haben wir jetzt noch nicht so angesprochen, so die ökologische Landwirtschaft, die ja auch da ihren Ursprung hat und dann natürlich ganz stark verknüpft ist mit der Anthroposophie, wenn du die biodynamische Landwirtschaft nimmst, wenn du dir das anschaust, da gab es im Nationalsozialismus immer so den Widerstreit, wir wollen uns da was herausnehmen und das verwenden, aber die Gruppen und die organisierten Strukturen, die vielleicht dahinterstehen, sollen nicht zu viel Macht bekommen. Also da sind sicherlich auch Gruppierungen verboten worden, wenn sie zu einflussreich waren. Und es war wirklich immer so ein schmaler Grad zu sagen, das und das, das benutzen wir jetzt einfach mal, das greifen wir uns raus. Aber das soll natürlich alles unter unserer Ideologie und unter unserer Ägide stattfinden. Und da soll bloß niemand denken, dass er da sich auf diese Art und Weise ins System schleichen kann und dann eben Macht erlangen kann. Das ist eigentlich auch, das zeichnet eigentlich auch so den Umgang des Nationalsozialismus mit diesen Strömungen aus. Also ich finde es, wenn wir jetzt gerade schon bei dem Themenkomplex sind, immer so perfide, wenn heute provokant gesagt wird, ja Hitler war ja auch Vegetarier. Das ist ungefähr so und dann eben natürlich mit der Implikation, der Vegetarismus ist was Schlechtes. Und dann kannst du genauso gut sagen, Hitler hat Hosen getragen, Hosen sind schlecht. Also das ist so, das ist so eine billige Provokation, die natürlich auch von bestimmten politischen Kreisen gerne mal ins Spiel gebracht wird. Und insofern möchte ich vielleicht hier jetzt mal endlich zum Ausdruck bringen, wie blöd ich dieses Argument finde und wie unsinnig. Ja, das vielleicht dazu. Jetzt habe ich mich furchtbar aufgeregt. Ich hole dich auch jetzt gleich wieder runter, weil ich will jetzt, wir haben es ja schon in Aussicht gestellt, ich will jetzt wirklich was über deinen Uropa und das Heilfasten hören, Alexa. Ach so, oha. Ja, interessante Familiengeschichte. Ich kann ja vielleicht kurz einmal vorgreifen. Ich bin auch sehr eng aufgewachsen eben mit diesen ganzen Dingen. Also mein Urgroßvater selber, Otto Buchinger, den Ersten. Allein das ist schon so schön, habe ich nicht mehr kennengelernt selber, aber natürlich meinen Großvater Otto, den Zweiten, der dann die Buchinger Klinik in zweiter Generation in Bad Pemont geleitet hat. Und ich bin eben so halb in dieser Klinik aufgewachsen. Wir haben da halt immer auf dem Gelände gespielt, mein Cousin und ich. Wir waren da ganz viel bei meinen Großeltern. Und ich werde nie vergessen, so als Kind habe ich halt auch öfter mal so die Klinik selber als Spielplatz genutzt, weil die halt ein Schwimmbad hatten und eine Turnhalle, wo man irgendwie Dinge tun konnte und mit Bällen spielen konnte und ich weiß nicht was. Und die hatten am Empfang immer so eine Auswahl von Literatur liegen. Da war natürlich das Buch über Heilfasten von meinem Urgroßvater. Da waren aber auch Schriften von und über die Rosenkreuzer zum Beispiel. Und das hat mich als Kind total fasziniert, weil ich das irgendwie so schön mystisch fand. Das hatte so was Geheimes und Aufregendes und so. Und ich habe natürlich erst viele Jahre oder Jahrzehnte später mich mal damit beschäftigt und mal geguckt, was steckt denn eigentlich so dahinter. Ja, das war so meine, das sind so Kindheitserinnerungen halt. Und die Geschichten über meinen Urgroßvater, die habe ich halt nur erzählt bekommen von der Familie. Und natürlich findet, wenn man sich erinnert und wenn man auch diese Erinnerungen erzählt, immer so eine Art Verklärung statt. Und da wurde dann immer gesagt, ja, er sei ja vom Marinearzt zum Fastenarzt geworden. Und in Teilen stimmt das natürlich auch. Mein Urgroßvater war erst Arzt bei der Marine und hat dann 1917 ein Erlebnis gehabt, wo ihm die Naturheilkunde geholfen hat. Also zumindest hat er das geglaubt. Er hatte ganz, ganz starkes Rheuma und es ging ihm sehr, sehr schlecht. Und dann hat er bei einem Kollegen halt eine Fastenkur gemacht und das soll ihn geheilt haben. Also wirklich auch hier so eine Art Erlösungsmoment, so was quasi Religiöses, so wird es immer erzählt. Und dann hat er eben in den 20er Jahren eine Fastenklinik gegründet und 1935 ist er mit dieser Klinik dann nach Bad Pyrmont gezogen. Und in den 50er Jahren ist er dann nach Überlingen gegangen und hat dort eine Buchinger Klinik gegründet mit meiner Großtante zusammen und ist dann 1966 verstorben. Und so diese Verklärung des Urgroßvaters, der sicherlich auch eine wahnsinnig schwierige Persönlichkeit gewesen ist, die habe ich so als Kind halt immer mitgeliefert bekommen. Und dann habe ich irgendwann mal im Studium angefangen, mich mit dem Heilfasten zu beschäftigen und habe mal geguckt, was für Motive stecken eigentlich dahinter. Und da haben wir eben dick und fett über allem schwebend die Lebensreformbewegung, also dieses Weg vom übermäßigen Essen, von der Zivilisation, der Verzicht auf Alkohol, auf Tabak und so weiter. Die Abkehr auch vom Städtischen, weil diese Kliniken auch immer ja so das Raus aus dem Alltag gerne propagieren wollten. Und wir haben auch natürlich einen naturheilkundlichen Bezug. Und es war alles halt in diesem Heilfasten subsumiert. Und was ganz spannend ist, durch diesen Ausstieg aus dem Alltag, durch dieses Hinwenden zu einem Fastenarzt, der eben so eine Klinik leitet und bei dem man dann einkehrt und sich eben für drei Wochen mal nur noch mit sich selbst beschäftigt und mit seinem Geist und seinem Körper beschäftigt, das hat schon sowas quasi Religiöses. Das auf jeden Fall. Und ich muss es ganz klar sagen, als wissenschaftlich kritischer Mensch, wenn dann im Zusammenhang mit dem Heilfasten von Entschlacken die Rede ist, und das ist in diesen Schriften auch ganz zentral, dann befinden wir uns eben nicht mehr auf einer wissenschaftlichen Basis. Denn es ist einfach medizinisch gesehen so wie Entschlacken, wenn wir aufs Klo gehen. Und alles, was da so an Entschlacken und Giften im Körper behauptet wird, das hat halt keine wissenschaftliche Basis, keinen wissenschaftlichen Bezug. Und dafür haben wir Leber und Nieren. Ja, eben. Aber ich finde es sehr schön, weil das reicht auch einfach schön, jetzt das ganze Thema Heilfasten ist ja dahingestellt. Aber da sieht man mal, wie in dem Fall jetzt komplett zufällig, halt dann doch jetzt wie tief dieses Thema der Lebensreform auch teilweise einfach in einzelnen Familiengeschichten drinsteckt, wie es bei dir. Das ist halt echt ein Thema, so wie du es am Anfang gesagt hast. Keiner denkt jemals darüber nach. Vielen sagt der Begriff auch gar nichts, Lebensreform. Und trotzdem, man geht beim Haus raus oder man schlägt das Familienfotoalbum auf in gewissen Fällen und wird quasi direkt damit konfrontiert. Ja, und was ich auch so abgefahren finde, es gibt von meinem Großvater halt einen Ausschnitt aus einer Wochenschau, wo er 1958 über eine Gegenbewegung zum übermäßigen Essen spricht und dann halt auch über das Heilfasten. Und 1958, da bist du halt nicht mehr in der normalen Zeit der Lebensreform, sondern da bist du halt in der Zeit des Wirtschaftswunders. Und auch da hast du wieder genau das Problem, wir sind Gewohnheitstiere, wir wollen gerne viel und gut essen. Und auch da ist wieder bei manchen eben so eine Gegenbewegung nötig. Das heißt, es ist wirklich so, eigentlich sind wir so gestrickt, dass wir es gerne bequem haben wollen, dass wir Zivilisationen vielleicht gar nicht so schlecht finden. Aber irgendwie haben wir trotzdem alle den Wunsch, immer mal was anders zu machen und mal auszusteigen. Das ist so beides in uns drin. Und das ist auch total zeitlos. Das kommt halt immer wieder. Ja, auf jeden Fall. Ich habe den Beitrag auch gesehen, fand ich. Es ist so abstrus. Es ist eine andere Sache. Ja, mit der Mannikerspule. Vielleicht spielen wir den nachher nochmal ein. Schauen wir mal. Ja, und dann glaube ich, müssen wir noch ein bisschen drüber sprechen, wie esoterisch die Lebensreform wirklich ist, oder? Puh, ja. Ich meine, es ist jetzt ja schon durchgekommen immer wieder. Ja. Ich glaube, es gibt halt Teile davon, die extrem esoterisch sind, auch die es heute noch gibt. Da fällt sicher alles drunter, was mit Rudolf Steiner zu tun hat. Also alles, was irgendwie anthroposophisch ist, ob es jetzt vielleicht was heute noch am ehesten da ist, wäre Demeter- und Waldorfschule vielleicht. Und von da gibt es halt so ein Spektrum. Auch da, so eine Verallgemeinerung ist halt echt schwierig. Vieles davon hat so einen leichten Anstrich. Also ich würde sagen, zum Beispiel die Kommunen, wir haben jetzt das noch gar nicht genannt, Monte Verità war da ganz bekannte Kommune, die auch künstlerisch sehr stark repräsentiert war damals unter den Künstlern der Zeit. Das war in der Schweiz. Da war das wahrscheinlich schon ein deutlich geringeres Thema. Die Leute haben halt irgendwie alternativ gelebt und klar hat es da Gedanken gegeben, die wir heute der Esoterik zuschreiben würden. Es ist ein Spektrum. Also ich glaube, es ist halt eine der Zutaten dieser Lebensreform. Es gibt so diesen gemeinsamen Nenner, was die Ursachen angeht, wogegen man ist oder wogegen man war. Und von da weg gibt es sowohl unterschiedliche Richtungen als auch unterschiedliche Einflüsse. Und ich würde sagen, die Esoterik ist einer davon, ist in der Reformpädagogik sehr spürbar, ist in der Naturheilkunde sehr spürbar, in FKK schon wieder nur ein bisschen weniger oder nur in gewissen Kreisen. Und so ist es da ein Spektrum, genau wie wir halt eben dieses linke Gedankengut, hat gewisse Einflüsse anderswo. Und auch das ist wieder ein Spektrum. Eine allgemeine Antwort ist da echt schwer. Was ich aber interessant daran finde, ist, dass wir diese Verbindung nicht mehr wirklich losgeworden sind. Dass fortschrittliches, progressives Denken, ökologisches Denken auch, vielleicht aber auch das genaue Gegenteil, vielleicht auch antimodernistisches Denken, auch in späteren Jahren, wenn da neue Wellen gekommen sind, oft von esoterischen Ideen wieder begleitet wurden. Stichwort New Age, Stichwort heute, Impfgegnerbewegung, was auch immer. Vielleicht ist es auch ein menschlicher Zug, neuen Technologien und Ideen erstmal kritisch gegenüberzustehen. Also das Neue macht Angst. Und es gibt ja immer diesen verzweifelten Ruf zurück zur Natur. Ich finde es ja auch mal sehr, sehr interessant, wenn Menschen sagen, naja, das alte Wissen, das alte Wissen der Medizin zum Beispiel, wo ich dann immer denke, ja, aber schaut doch mal 100, 200, 300 und dann noch weiter Jahre zurück. Da gab es ein altes Wissen, das war aber halt deutlich schlechter als das Wissen, was wir heute haben. Und durch die evidenzbasierte Medizin sind wir in der Lage, viele, viele Erkrankungen, die früher nicht heilbar waren, die unweigerlich zum Tod geführt haben, oder nehmen wir Entzündungen von Wunden, wo dann einfach irgendwann Körperteile amputiert werden mussten, weil man diese Entzündung nicht aus dem Körper rausbekam. All das haben wir ja nicht mehr. Das haben wir ja nicht, weil wir altes Wissen benutzen, sondern weil wir neue Methoden erlernt haben. Und das geht immer weiter. Kürzlich berichtete mir mal wieder jemand tatsächlich, dass er seinen Blinddarm losgeworden ist. Und das war sehr, sehr interessant, weil die Geschichte, die er erzählt hat, war im Grunde genommen, dass das ja heute durch zwei kleine Schnitte eben gemacht wird und dann werden quasi die Werkzeuge eingeführt. Endoskopisch wird das operiert. Man hat da noch ein paar Pflaster und nach zwei Tagen wird man rausgeschmissen. Da sieht man ja, wie der Fortschritt in der Medizin grundsätzlich ist. Und früher konnte ein entzündeter Blinddarm, auch weil man ihn gar nicht diagnostizieren konnte oder gar nicht wusste, was es ist, der ist dann irgendwann geplatzt und dann sind die Menschen halt gestorben und man wusste gar nicht genau, warum. Und das trägt sich aber so mit. Und jetzt haben wir gerade wieder eine neue, in Anführungsstrichen, neue Form der Impfung, wenn wir auf die mRNA-Impfstoffe schauen, wo die Leute sagen, das ist ganz neu, dass aber seit 20 Jahren bereits an dieser Art von Impfstoffen gearbeitet wird. Und nur weil jetzt gerade zufällig die Forschung so weit ist, dass wir das jetzt auch benutzen können, er zum Einsatz kommt. Also im Grunde genommen ist die mRNA-Technologie ja auch schon wieder altes Wissen, weil es im Grunde genommen vor 20 Jahren angefangen worden ist, in diesem Bereich zu erforschen. Aber nein, es muss was Althergebrachtes sein, es muss was Natürliches sein. Und das finde ich schon sehr, sehr interessant. Und auch dieser Wahn vor nicht genetisch manipulierten Lebensmitteln, den es häufig ja gibt, wo ich mich auch mal frage, naja, wenn wir durch gewisse genetische Manipulationen mehr Menschen auf der Erde satt bekommen können, sollten wir diesen Technologien nicht doch auch positiver zugewandt sein. Und all das findet sich in immer wiederkehrenden Wellen immer wieder. Und ob es dann Esoterik ist, an das man glaubt, oder ob es dann eher so die Angst vor dem Neuen ist, ist ja im Grunde genommen am Ende auch wurscht. Aber dieses zugrunde liegende Muster zeichnet sich halt zumindest durch die letzten 200 Jahre, die man so gut historisch nachverfolgt hat, für mich eindeutig durch. Das haben wir immer. In Teilen der Gesellschaft. Ja. Und esoterisches Gedankengut hast du halt in der Lebensreform eigentlich am meisten da, wo es den Menschen, also Geist, Körper und sein unmittelbares Umfeld betrifft. Also wenn wir natürlich jetzt auf Steiner und Anthroposophie und biodynamische Landwirtschaft und so schauen, dann hast du es da natürlich auch. Also mit diesen berühmten Kackhörnchen, wie wir sie immer nennen, also den Kuhhörnern mit Mist, die du da irgendwie im Boden vergräbst. Bei Nullmond. Da auf jeden Fall, genau. Ja. Interessanterweise hat es mal in einem Aufsatz für einen Ausstellungskatalog eine Untersuchung gegeben, wo jemand geschaut hat, was gibt es denn so für Material in Bezug auf Esoterik und Lebensreform und esoterische Weltbilder. Und da hat er halt geguckt zum Beispiel, sind die denn zum Beispiel bei der Hohlwelttheorie vorne mit dabei. Also bei der Vorstellung, dass wir auf der Innenseite einer Kugel leben, die durchaus zu der Zeit schon verbreitet war, also der manche Menschen anhingen, die aber für die Lebensreform und ihre Vertreter eher weniger eine Rolle gespielt hat. Genauso wie die Welteistheorie, die auch gewisse Verbreitungen hatte, aber eben auch da nicht so konsumiert wurde. Und er hat, also der Autor hat dann daraus geschlossen, also da, wo es in die Kosmologie geht, das esoterische Weltbild, ist es eher nicht so relevant, weil für die Lebensreformer eigentlich wurscht war, ob das, was sie jetzt schaffen wollten, die Kommune XY oder was auch immer, da ist es halt wurscht, ob es jetzt auf der Innenseite einer Kugel ist oder auf der Außenseite eines Planeten. Aber da, wo es halt an den Menschen dran geht, da wird es dann wieder interessant. Da wird sich dann von Frau Blavatsky in der Theosophie sowas geklaut wie der Ätherleib und Astralleib und solche Geschichten. Also so Vorstellungen, die du dann natürlich auch bei Steiner hinterher hast, weil er sich bei seiner Anthroposophie von der Blavatskischen Theosophie hat inspirieren lassen. Und das sind dann halt wieder Dinge, die den Menschen selber betreffen und da wird es dann für die Lebensreformer wieder spannend scheinbar. Also ich glaube, wir müssen einfach nicht nur über die Lebensreformbewegung sprechen, sondern auch über unsere Rezeption der Lebensreformbewegung, weil wir ja gar nicht anders können, als uns diese Zeit anzuschauen vor dem Hintergrund dessen, was danach passiert ist. Also wir können ja gar nicht auf die Lebensreform gucken, ohne auch eben den Nationalsozialismus mit zu berücksichtigen. Und das ist eigentlich auch gut so. Man sollte halt nur im Hinterkopf haben, wie komplex die Zusammenhänge sind und wie undurchschaubert teilweise sogar das Beziehungsgeflecht zwischen diesen verschiedenen Strömungen ist. Also da sind halt einfach auch nicht nur Menschen zusammengekommen, sondern da haben auch ganz viele Leute einfach ihr eigenes Süppchen gekocht. und dieser Komplexität sollte man eben auch Rechnung tragen. Ja, also ich denke, wir haben jetzt auch wirklich nur die Oberfläche kratzen können. Ja, wirklich. Ich denke, es ist mehr als klar geworden, was für eine breite Bewegung das, okay, guter Einwand, das, was wir heute die Lebensreformbewegung nennen, damals tatsächlich war. Man kann noch ewig davor ausgreifen, Theosophie und Co., man kann natürlich und sollte auch die Zeit danach nicht aus den Augen verlieren. Und gerade so, ich glaube, man kann noch lange über die Überbleibsel des Ganzen oder vielleicht auch die wiederkehrenden Elemente reden, die uns heute da immer wieder unterkommen oder auch immer wieder untergekommen sind. Ich bin ja sonst kein großer Freund von so sich wiederholender Geschichte zu reden, aber so in gewissen Teilen stimmt es halt ab und zu auch. Und das macht das Thema halt auch so relevant, würde ich sagen. Und von dem her, ja, hat es mich sehr gefreut, mit euch da heute ein bisschen tiefer mal einzusteigen. Und ja, vor allem mit dir, Alexa, mal drüber zu reden, wo du ja doch einiges an Hintergrundwissen da mitbringst, personell wie wissenschaftlich, dass wir das ein bisschen einordnen konnten und ein Stückchen näher kommen, zumindest einem Verständnis. Ja, das hat mir sehr viel Freude gemacht. Vielen, vielen Dank. Und ich finde dein Fazit eigentlich ganz schön, wenn man es nochmal paraphrasiert. Es ist ein Satz, den ich häufiger sage und an dem man sich immer wieder sagen muss, wenn man die eigene Geschichte nicht kennt, ist man geneigt, sie zu wiederholen. Und das ist ja gerade bei der Lebensreform auch so. Und ich denke, wenn unsere HörerInnen, die jetzt das nächste Mal an einem Reformhaus vorbeigehen. Oder an den FKK-Strand gehen. Oder an den FKK-Strand gehen, sehen es einfach anders. Und ja, und das muss ja nicht schlimm sein, aber man weiß, glaube ich, man weiß, wo es herkommt, ist man ein Stück schlauer und kann Dinge anders einordnen. Und deswegen hat mir das gerade gut gefallen, euch beiden so ausführlich zuzuhören in der Einordnung. Ja, ich sehe es genauso. Also ja, die Einordnung ist halt einfach unfassbar wertvoll. Und auch wenn das Reformhaus jetzt deswegen nichts Schlechtes ist, das will ja auch keiner sagen, ist es mal umso schöner zu wissen, wo das alles herkam. Also mich hat es auch sehr gefreut. Und ja, wir schaffen das sicher wieder mal zu einem anderen Thema. Das fänden wir sehr schön, lieber Ralf. Ja, alles Gute. Genau. Ja, euch auch. Tschüss. Tschüss. Ja, ich habe mich wirklich gefreut, nochmal Ralfs Einschätzung zu dem Thema zu bekommen. Und ich glaube, gerade nochmal seine Perspektive ist ganz wichtig gewesen und seine Einordnung in den geschichtlichen Kontext. Und überhaupt hat das total Spaß gemacht, mit ihm darüber zu sprechen. Auf jeden Fall. Und Déjà-vu-Geschichte können wir nur empfehlen, auch da reinzuhören. Ralf gibt sich da mal sehr viel Mühe und investiert viel Arbeit in seine Episoden. Akribischer Rechercheur. Da habe ich das richtig gesagt. Und hat uns Spaß gemacht. Und natürlich würden wir viel häufiger gerne auch Crossover mit anderen Podcastern machen. Aber die Zeit, die beißt uns da immer ein bisschen. Ja, die Terminfindung ist ziemlich schwierig. Die Woche hat halt nur sieben Tage und jeder Tag hat nur 24 Stunden. Insofern ist das schwierig. Aber hier ist es mal wieder gelungen. Ja, Alexa. Und jetzt müssen wir mal aufklären, ob es diese Michael Myers Verkleidungsverhaftungsstory wirklich gegeben hat oder nicht. Ich bin sehr gespannt. Die Auflösung. Die heutige Story ist tatsächlich passiert. Es ist ein texanischer Anwalt verhaftet worden. Der Anwalt heißt Mark Metzger. Und der hat sich wirklich als Michael Myers verkleidet aus Halloween und ist am Strand rumgetorkelt. Es gibt sogar ein Video davon, das auf Twitter verbreitet wurde, weil eine Journalistin von einem Fernsehsender in Houston das Ganze gesehen hat und dann eben auf Twitter verbreitet hat. Verrückt. Und sie haben ihn verhaftet, weil er eben mit Maske und Messer rumgelaufen ist. Das kann ja auch nicht sein, dass jemand sowas macht und dann nicht mal nachgefragt wird, was das Ganze soll. Es hat sich dann rausgestellt, dass das Messer eine Attrappe war und dann haben sie ihn wieder laufen lassen. Aber immerhin, das Orderly Conduct war da der Vorwurf. Also es geht vielleicht auch so ein bisschen in Richtung Grober und Fug. Und er ist hops genommen worden. Und eine ganz witzige Randnotiz von dieser Geschichte ist, dass der Mark Metzger bei diesem Stunt, den er da gemacht hat, den Sänger von Slayer getroffen hat. Er ist da irgendwie rumgelaufen und hat dann Tom Araya getroffen und hat dann auch noch ein Foto mit ihm gemacht und das sieht wirklich ein bisschen spooky aus. Und ja, das ist eine sehr, sehr abgefahrene Geschichte, die tatsächlich so passiert ist. Völlig verrückt. Also hätte ich jetzt nicht gedacht, dass in Amerika da jemand die Polizei ruft. Für uns Deutschen natürlich auch sehr lustig, dass jemand, der mit einem großen Messer, mit einer Machete rumläuft, Metzger heißt. Stimmt, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Auch noch eine Fußnote, die für uns besonders lustig ist. Und damit der Hinweis, dass man sich doch gut überlegen sollte rund um Halloween, wie man sich verkleidet und wie man dann auf der Straße herumläuft. Und damit sind wir am Ende der zweiten Oktoberfolge. Und wenn ich so schaue, wir biegen auch so auf die Zielgerade des Jahres 2021 ein. Und wir haben, glaube ich, dieses Jahr gut durchproduziert. Also von den Ferngesprächen mal abgesehen, haben wir auch, glaube ich, unser Pensum nahezu, glaube ich, bis auf einen Monat erfüllt mit zwei Folgen im Monat. Und das erfreut uns natürlich sehr. Und wir sind auch sehr, sehr happy natürlich darüber, dass ihr uns nach wie vor seit so vielen Jahren treu seid. Wir freuen uns über die Unterstützung, die ihr uns zugutekommen lässt. Das freut uns sehr, sehr, sehr. Und jeder Euro, den ihr erübrigen könnt, hilft uns sehr. Und der ein oder andere mag es vielleicht auch nicht gesehen haben. Aber wir haben tatsächlich jetzt auch noch mal technisch aufgerüstet. und hier ein neues Aufnahmegerät im Studio stehen. Und das erleichtert an vielen Stellen die Arbeit für uns sehr. Und dann wisst ihr auch, was wir so mit dem Geld anfangen. Das ist also nicht nur für irgendwelche Klemmbausteinsätze oder Katzenfutter, sondern natürlich investieren wir hier auch ganz regelmäßig in Technik. Und das konnten wir in diesem Jahr in einem großen Umfang. Das hat uns sehr entlastet, und dass wir auch alte Dinge irgendwann mal entsorgen konnten, die seit zehn Jahren ihren Dienst getan haben, aber jetzt auch einfach technisch überholt sind. Und dafür ein großes Dankeschön. Danke euch da draußen. Und ihr sorgt wirklich dafür, dass wir mit Spaß und Freude und viel Elan bei der Sache sind. Genau. Und jeder, der uns unterstützt, sorgt dafür, dass andere uns kostenfrei weiter konsumieren können. Und das ist ganz toll, dass wir diese Community haben. So. Und damit entlassen wir euch in den Halloween-Abend oder dann vielleicht schon in die erste November-Woche, wann immer ihr auch das hören mögt. Wünschen euch alles Gute und natürlich immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Der Huxilla-Podcast ist ein kostenfreies Projekt und soll das auch immer bleiben. Das ist uns sehr wichtig und du kannst uns dabei helfen, so wie das schon viele andere tun. Vielen Dank dafür. Huxilla-Unterstützen geht dabei ganz einfach. Zum Beispiel durch einen kleinen monatlichen Dauerauftrag von einem Euro im Monat auf unser Geschäftskonto oder via PayPal. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf uxilla.com unter dem Punkt Unterstützen. Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info.huxilla.de Und wenn ihr mögt, dann bewertet uns doch bei iTunes oder einer der anderen Podcast-Seiten, die uns führen.